Das Wir-Gefühl, wir, dieser besondere Ausdruck, wir sind viele, wir sind zwei, mindestens zwei, wir sind zusammen und so weiter. Mit diesem Wir-Gefühl wollen wir uns beschäftigen. Das Wir-Gefühl ist wie ein Grundbedürfnis, das wir als Menschen haben. Zusammen sein, zusammen tun, sich zusammen zeigen, sich zusammen äußern, mitbekommen, erledigen, arbeiten. Ein Projekt zusammengestalten, aushalten, aber auch erreichen, natürlich lieben. All das und noch viel mehr. Für uns ist Wir-Gefühl, für uns Menschen ist das Wir-Gefühl etwas Grundlegendes, etwas Rudimentäres. Ohne dieses, in der Isolation und auch in der persönlichen Isolation, würden wir nicht existieren können. Natürlich Solidarität. Wir in der gleichen Meinung, wir in der gleichen Auffassung, wir in der gleichen Bewegung, wir im gleichen Marsch nach wohin auch immer. Macron hat eine Bewegung gegründet in Frankreich, En Marche. Die Bewegung ist En Marche. Also wir zusammen marschieren in eine, wie auch immer, geartete Richtung. Denken wir an Fußballstadien, denken wir an dieses starke, starke Wir-Gefühl und hoffentlich hast du das schon mal erlebt, in einem bewegten Stadion mit 40.000, 50.000 Zuschauern. Diese Fans oder diese Gruppen eben, die gegeneinander spielen, da ist die eine Gruppe und die andere Gruppe. Und dieses gemeinsame, dieses gemeinsame Ausdruck, dieses gemeinsame Anfeuern, das ist was ganz Hervorragendes. Also das ist fast wie eine Droge, das ist etwas, an dem man sich berauschen kann. Aber das gibt es natürlich nicht nur im Fußballstadion, sondern überall und immer wieder. Das suchen Menschen immer wieder natürlicherweise auf. Wir natürlich in der Familie. Die Familie als Kernpunkt, als Keimpunkt der Gesellschaft, der Kultur, des Miteinanders, des sozialen Umgangs. Wir natürlich als Paar. Wir sind ein Paar. Wir sind zusammen. Wir sind Mann und Frau. Wir bekräftigen das, indem wir verheiratet sind und Eheringe tragen. Wir tragen das. Wir gehen durch dick und dünn. Wir halten zusammen in guten Zeiten, wie auch in schlechten Zeiten. Wir sind gemeinsam stark. Das heißt, dieses Wir ist etwas Großes. Es ist etwas Umfassenderes. Es ist etwas Füllenderes. Es füllt etwas aus, was wir alleine als Individuen, als Persönlichkeiten nicht ausfüllen können. Wie gesagt, gemeinsam sind wir stark. Und wir bewirken etwas. Wir können wählen. Wir können eine Partei wählen. Wir können eine Bewegung wählen. Wir können Mitglieder gemeinsam, indem wir werden von etwas, um etwas zusammen tatsächlich zu bewirken und etwas zu erreichen. Wir können auf die Straße gehen. Wir können eine Revolution machen. Wir können Militär gründen. Wir können Armee gründen. Und was auch immer in der Art. Aber auch wir als Gruppierung und die anderen. Das sind die mit ihren Dingen, wie auch immer sie sind. Das sind die anderen, die blauen. Und wir sind die roten. Oder wir sind die weißen. Und das sind die gelben. Und wir haben gewisse Grundlagen, die wir gemeinsam miteinander teilen. Aber wir haben auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Die anderen meinen das so. Und wir wollen das auf eine andere Art und Weise. Natürlich wir als globale Menschheit. Die Menschheit. Ein Mensch erkennt sich als das Individuum. Und er kann sich nur als denjenigen oder diejenige erkennen, wenn er auch gleichzeitig die anderen erkennt. Und wenn er die anderen Menschen auf der Welt würdigt. Egal, ob sie gelb, schwarz oder weiß sind. Der eine ist viele. Das eine ist das Individuelle. Das Eigentümliche. Das Persönliche ist gleichzeitig viel und vieles. Wir als System natürlich. Und wir agieren in Systemen. Mittlerweile ist in der Psychotherapie eine vierte therapeutische Schule entstanden. Und das ist die systemische Therapie. Und systemische Therapie bedeutet, wie wirken diese vielen, vielen Möglichkeiten, vielleicht auch sogar Dimensionen, diese vielen Objekte in einem gemeinsamen. Wie sind sie in ihren gemeinsamen Interaktionen und Aktionen? Warum bin ich in einem System, das ja auch gleichzeitig zu dem Wir gehört, wie dem Wetter abhängig? Warum wird mein Mind auch von dem Wetter beeinflusst? Oder von den Jahreszeiten und all das als systemische Zusammenhänge? Natürlich immer wieder das Miteinander in dem Wir, die Interaktion, der Austausch, die Kommunikation, der Bezug, das Gestalten. Wir als ich und Gott oder der Himmel oder auch immer, was es noch gibt außer Gott und im Gottesbegriff, der ist ja sehr vielfach anzutreffen in der ganzen Menschheit. Wir und der große Geist oder die Wesenheiten, die es noch geben mag oder wer auch immer die Buddha-Figuren oder der Jesus, der für die Menschheit, in dem Wir gestorben ist? Wir in der Gewissheit, in allem zu sein. Oder wir haben für Recht befunden. Wer wir? Dann sagt plötzlich so ein Richter oder so ein Fürst oder wer auch immer das war in der Historie, Wir haben für Recht befunden. Und du schaust dich kurz um und denkst, wer denn wir? Der richtet doch gerade allein. Und dann sagt der Wir und meint sich und Gott. Oder wen auch immer. Wir natürlich im Parlament. Wir in einer Demokratie, in einem Parlamentarismus. Tatsächlich dieses Tragende und dieses Stetige. Die Identifikation mit den anderen und mit dem anderen. Wer auch immer sie sind. Wer auch immer sie sein können. Natürlich alleine und wir. Als Menschen haben wir das Bedürfnis, gleichzeitig das Bedürfnis, alleine zu sein und uns auch immer wieder zurückzuziehen und für uns zu sein und Dinge mit uns selber auszumachen, zu klären, mit uns selber als Persönlichkeit, als Individuum zu klären und gleichzeitig das Wir. Ich bespreche das mit jemand anders. Ich kommuniziere das mit anderen Menschen. Also alleine und wir gehören eigentlich zusammen. Wir sind der Meinung. Stärker. Natürlich stärker in der Meinung, als ich es bin. Vielleicht mit meiner eigenen Meinung oder mit meiner besonderen Meinung. Wenn man Meinungen zusammenfügt und zusammenstellt, dann ist die Meinung des Wirs etwas Wichtiges. Zum Beispiel in einer Demokratie, wie ich gerade eben schon sagte, etwas Wesentliches. Die Mehrheit im Wir hat eben beschlossen, dass das und das passiert. Die Gruppe, die Gruppe und das Wir, diese soziale Interaktion in der Gruppe. Also wir können sagen an dieser Stelle, das Wir ist etwas sehr Rudimentäres, etwas sehr Grundlegendes für uns als Menschen. Und eine Art Gegenteil wäre zum Beispiel das Autistische. Also diese absolute Aufsichtangewiesenheit, dieser Rückzug in sich selber, dieses Binnenleben in sich selbst, den man dann vielleicht auch ausgeliefert ist. Und wo dann Stimmen plötzlich auf einen eindringen, denken wir an das Krankheitsbild Schizophrenie, wo ich dann isoliert bin, wenn ich schizophren bin und das mit mir selber ausmache und gar nicht mehr meine eigenen Gedanken, meine eigenen mentalen Produktionen als das meinige empfinde, sondern als etwas Fremdgemachtes, das auf mich eindringt. Selbst da ist die Sehnsucht nach dem Wir sehr, sehr groß. Denn der Mensch ist in seiner Isoliertheit, in dieser Art von Autismus, tatsächlich nicht imstande, alleine zu existieren. Und deswegen spaltet er sich dann auf, dass wir als Sehnsucht bis hin zur Verschmelzung und zur möglichen Verschmelzung auch, buchstäblich und biologisch gesehen, weil wir individuell immer unvollständig sind als Menschen und auch unvollständig bleiben, weil wir aus einem größeren Zusammenhang entstehen und sei es eben nur das familiäre oder generative. Vielleicht die wichtigste Lebensgrundlage überhaupt. Aus der Isolation in das Zusammenkommen. Dieses herrliche Gemeinschaftsgefühl, ich habe das erwähnt, Fußballstadion, ist eine Möglichkeit. Das kann aber auch ein Rockkonzert sein, das kann eine Oper sein, das kann ein Kinobesuch sein mit 500 Menschen, die alle vollkommen ergriffen sind von dem, was da gerade auf der Leinwand vor sich geht. Sie sind emotional ergriffen und sie teilen das miteinander. Es ist eine unheimliche Strömung. Es ist eine wahnsinnige Energie, die da passiert. Wir sind viele. Ich gehöre natürlich zu den anderen, wie auch immer die anderen sind, woraus sie sich auch immer definieren. Erst zusammen ist alles eine Einheit. Wie ist das heute? Wie ist das heute in der gegenwärtigen Zeit? Wir können ja gewissermaßen eine Tendenz zur Versingelung oder zu dem nur ich und ich und meine Persönlichkeit sehen und sagen so, der Einzelne als Individuum wird sehr stark gefordert, vielleicht gefördert. Ich bin besonders. Ich gehe meinen Weg. Aber führt es nicht oft dazu, dass sich Menschen dann auch sehr einsam fühlen können? Sie haben alles erreicht, was sie eben individuell und persönlich erreichen können. Oft gegen die anderen, meinetwegen in einem gewissen Narzissmus. Und dann sind sie sehr alleine, sehr weit oben, in Anführungszeichen, fühlen sich aber nicht mehr gemeinsam. Ein Herrscher, der das Problem hat und sein Volk nicht richtig führt, wie auch immer er als Repräsentant bewirkt ist, ob das jetzt demokratisch ist oder autokratisch, kann sehr einsam werden, wenn er das Wir-Gefühl nicht mehr entwickelt, wenn er nicht diese Gemeinschaft immer auch in sich repräsentiert und zeigt. Ist es nicht besser, einen unvollkommenen oder einer unvollkommenen Gemeinschaft anzugehören, und alles ist unvollkommen, weil es eben nicht in dem Sinne ganz ist, als einer persönlichen Vollkommenheit? Und wie viele Menschen erleben wir immer wieder auch in der Psychotherapie, die scheinbar diese persönliche Vollkommenheit haben, diesen Perfektionismus, dieses starke, persönliche, narzisstische Streben, aber sich eigentlich und im tiefsten Herzen danach sehnen, zusammen in einer, wie auch immer gearteten, Gemeinschaft zu leben. Hauptsache sie leben in dieser Gemeinschaft und teilen da etwas zusammen mit anderen Menschen. Das Gemeinsamverbindende ist natürlich die Liebe und die Liebe, der Austausch untereinander, die Liebe ist automatisch da. Wir sind durch die Liebe und wir kommen durch die Liebe und all das. Und Selbstliebe entsteht erst durch die Wir-Liebe. Wir können uns als Persönlichkeiten, als Individuen erst dann lieben und auch selber wertschätzen und mögen und all das, wenn wir das Gefühl haben, wir werden von anderen geliebt und dann können wir eben auch andere lieben. Also alles diese Wechselseitigkeit, Liebe ist vielleicht der tiefste Wir-Begriff an dieser Stelle. Die natürliche Bewegung aus dem Persönlichen hinaus, die immer wieder geschehen will, eine natürliche Bewegung aus dem Persönlichen weit hinaus, in das Weitere, in das Wir, das gemeinsame Teilen. Tatsächlich, das Unvollständige in uns möchte stets wieder vollständig werden.